Dass die schon zweimal tot war, kriegt von mir einen Hit und steht einfach, als wäre es nichts. Und läuft mir noch direkt von Uppercut. Ich hätte gar nicht vorbeischießen können, weil die stand doch direkt vor mir. Nö, es passiert einfach nichts. Vor allem, ich habe es auch gesehen, weil du hast genau in die Brust geschossen, also es müsste ein schwerer Treffer gewesen sein. Also sowas, wenn es mir nicht koscher vorkommt, ich melde die Typen. Ja, sie war ja schon gestorben, also du kannst ja nicht sagen, dass sie nicht tot war. Das liegt dann ja wahrscheinlich an dem blöden Spiel, wo es mir sich ganz irgendwie einen Schaden falsch berechnet oder was. Keine Ahnung, oder ein Arm auf der Brust. Ich hoffe dann immer, wenn ich sowas melde, dass die trotzdem mitbekommen, okay, da ist was schief gelaufen. Ja, also ich wollte dir nicht, wolltest du nicht rauchen? Nö, du hast gesagt, du willst bloß eine Rapplette nehmen. Ach siehste, Bruder, danke. Ich denke, du machst jetzt weg, Rapplette nehmen? Ja. Was hat er denn gemacht? Er wird langsam vergessen. Oh, hier steht mir. Box. Oh fuck, wo kommt der denn noch immer her? Was sagen wir, der ist ja schon seit Jahren Tag. Manche sind drauf. Aber es wird einfach nicht... ...gefixt. Na. Warte, wo war die Box noch? Hier. Ja. Schön, rand vorbei. Da drüben, da. Über dem Schnee. Ach da. Verrückt euch. Genau. Was? Ach so, Pascal schießt schon, oder? Ach so. Gehen wir zu, Blankwarni? Ja. Ach was, den Affen da hinten kriegst du in seiner Box. Aber was ich auch nicht verstehe, wenn du mit einer Armbrust einen Töter ins Gesicht schießt, kannst du den Bolzen dann nicht mehr aufheben, bist weg. Ach so. Aber wenn du einen im... Hä? Hat er gegessen. Aber wenn du einen Emulator mit einem Bolzen abschießt, der explodiert ja dann kurz und brennt, dann ist der Bolzen später da. Dann kannst du wieder aufheben. Wo ich mir denke, also logisch gesehen müsste der ja verbrannt sein. Junge, in diesem Spiel ist es nicht gelobelt. Nee. Physikregeln gibt es hier nicht. Da muss man echt sagen, bei Tartoff ist es da schon mehr Hand und Fuß. Obwohl das eine Beta ist, ne? Ja. Alpha, glaube ich sogar. Hast du geschossen? Hast du geschossen? Nee, es ist eine Beta. Echt? Das ist noch nicht fertig, wenn du geliebst. Aber das merkst du eigentlich nicht. Merkst du nicht, außer bis auf die Bugs. Naja, es hängt mal kurz, wenn du raus willst und dann ins Menü kommst. Da ist manchmal ein bisschen... Ja, aber ich glaube, es gibt auch Bugs, aber die fixen die relativ schnell, wenn die sehr stöhnen. Die haben ja wohl jetzt auch recht viel schon gemacht, wieder mit dem neuen Patch und so. Mit dem Update, was dann jetzt kommt. Und hier weiß ich nicht so richtig. Ah, da hinten sind welche. Okay. Goldner Morgen, kommen langsam hier rüber. Dann lassen wir sie ganz bleiben. Hier vorne sind Hunde vielleicht da. Ja, hinter den Hunden. Habe ich gerade einen schlagen, ja. Vielleicht sind die da in den Wäldchen. Das ist ja auch Lawson hier, der Boss. Oh, oh. Ey, ihr blöden Köter, ey. Sind so weit weg. Ich laufe über einen knackenden Ast und die denken sich, oh ja, komm, gehen wir mal hin. Hier mal Richtung Lawson. Mal gucken, ob hier was abgeht. Da zuckt keiner mehr von denen, ne? Ne. Die sind bestimmt nur Lawson gelaufen. Ich hab eine gehört, wie so ein Crunch. Ich hab eine gehört, wie so ein Crunch. Ein oder zwei Crunch geschlagen hat. Okay. Weiblicher Skin. Hier ist ne Box. Ich muss Hals töten. Ich muss ballern. Hast du grad geschlagen? Mhm. Also hier war keiner und hier ist der Boss. Ist auch weiß. Entweder die haben dich gesehen und schleichen da hinten rum. Ne, die konnten mich nicht sehen. Hm. Ich war nämlich hinter einem Erdfügel. Weiß ich auch nicht. Vielleicht war es auch ein Solospieler. Oh. Ich seh's. Da hinten war einer. Oh, das ist ein Zombie. Das kann auch sein. Ja, da ist ein Zombie. Oh. Hier laufen welche. Ne. Hinter uns. Selbst. Okay, ich komm raus. Ja. Hier. Draußen. Einer ist, glaub ich, tot. Oder? Hast du was gehört, Nutzer? Ne. Ich hab bloß den Schussjörg. Hey, ich hab doch direkt auf seinen Scheißschädel gezielt, Mann. Wo? Bei der Mauer. Einer tot. Von da hinten erschossen. Da war noch einer. Also. Hier ist noch ein anderes Team. So zum Kotzen, Mann. Hier ist keiner. Bei mir. Oh, doch. Einer. Oh, Alter. Hinter dem. Da. Oh, hier. Mats, da drinne. Schön. Dankeschön. Wer hat mir den Arsch gerettet? Oh, kommt was an? Ey. Bomblens. Bomblens, ja. Bomblens. Oh, einer ist ziemlich weit da hinten. Der hat ne. Ich weiß nicht, wie ich das denn soll. Ich hab einen. Einer ist gestorben, irgendwo. Ist noch. Ja. Bei mir hinten ist auch noch einer. Den mit der Bomblens hab ich, glaub ich, abgeknallt. Einer macht den Boss. Oh. Bei mir ist ein Zweig hier hinten. Sein Boss ist der Antilganger, glaub ich. Den du gesehen hattest. Ja, und bei mir sind noch. Wo sind die? Einer mit dem roten Shirt, direkt gerade aus Nordwesten. Da. Einer hat nen Hit, der andere ist bei 270 ungefähr. Oh. Ist das gut? Zwei tot bei mir hier. Okay. Oh Mann. Ich brauch mal Munition. Ich hab's ja Schweinemunition. Kannst du auch wenn nicht von denen, die hier tot rumliegen, die Waffen aufnehmen. Ja. Das ist zwei Schuss. Oh geil, der hat nur Sparks. Einer ist bei 285 rübergerannt. Bei mir, das Team, hab ich erschossen, aber zwei hab ich davon erschossen. Einer ist tot hier. Matsui, ist nur noch einer. Ja. Wo ist der? Da, hinter der Hütte. Ich hab grad seinen Partner abgeknallt. Ne, der ist da. Der rennt weiter nach hinten. Also weiter Richtung Brinery. Ja. Du musst... Ich glaub, das ist dahinter. Okay. Ich hab da grad was gehört. Ja. Der rennt auf Holz. Ja. Da hinten rennt er. Der ist dahinter. Okay. Scheiße, warum der Ecke hier rennt. Nach rechts oder links? Links. Links. Er tanzt auf dem Blech rum. Wo ist denn hier Blech? Ich glaub, der ist auf dem Dach, oder? Ey, fuck. Jetzt bringt mal... Äh, Pascal. Hat einen Hit. Ist der oben auf dem Dach, oder wo? Das war der runde Sprung. Mal auf den Scheißen und lieber zu Pascal rüber rennen. Ach nee, dann wird... Ist doch egal. Dann wird der wiederbelebt. Ich hab grad seinen Mate eingefüttelt. Okay. 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 Ich glaub, er ist draußen hinter der Mauer. Er ist hier... In dieser... Okay. Komm. Scheiße! Hier vorne ist ein Medi-Bild bei mir. Scheiße, Mann. Ausgerechnet jetzt hab ich keine Dings dabei. Pass auf, da kommt ein Stachel, Liga. Der Typ schleicht hier außen an der Wand drin. Ja. Ja, ich seh ihn. Wo? Da. Kennt wieder zu dir in die Richtung. Ne. Ne, wir sind da jetzt hier und her. Ja. Gut, ich hab ihn. Soll ich mal. Ey, hast du ne... Ne Flair oder Dings dabei? Ja, warum? Von Staffelchen? Ja, da vorne. So, jetzt muss er Pascal rechnen. Ja. Ja, aber ich hab zwar davon gekillt, aber die sind ja wieder voll live, weil sie... Ach, schade, ja. Bin ich da. Aber wenigstens sind sie dann mit dem richtigen Schuss One-Hit. Nein, die sind ja wieder, haben nur wieder gefinished. Ach so, ach so. Ach so, ich hab einen Boss. Scheiße. Das sind schon gelootete da, den Typen. Nö. Ich brauch eigentlich auch nicht mal... Ja gut, vielleicht krieg ich irgendwie Verbandszeug oder sowas. Obwohl ich glaube, ich hab nur ne Spritze benutzt bis jetzt. Waren die noch im Bossraum, Pascal? Ja. Am Bahnhof, ne? Ja. 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 Ach so. Ja, was soll das sein? Keine Ahnung, ich versuch's gerade, irgendwie... Einer ist draußen, Matzy. Aha? Ja, von wo kam der Schuss? Ja, irgendwie von den Malkons, dachte ich. Ja. Ah, da sitzt er, ich hab ihn gesehen. Goll, jetzt schießt er mich einfach mit seiner Schrotschlitter an. Da ist er dort, um mal kommen. Ja. Da, durchs Fenster. War eine Fackel oder so, hast du nicht gesehen. Ich muss mal gucken. Ob das Munition verzupost. Nein, keine Fackel. Ich hab auch nichts dabei. Warte mal, halt mal ein bisschen... Wohlhaft, ich guck mal hier hin. Achso, Alter, du kannst den nicht allein lassen. Die hemmen den noch wieder auf. Ich sieh's ja, wenn sie rauskommen. Nein, jetzt hol die Fackeln, Mensch. Geh, geh. Jetzt rennst du mir wieder hinterher. Geh, geh. Darf doch nicht wahr sein. Leute, ich möchte doch einfach nur eine Fackel. Na gut, dann komm zurück. Ja. Eine Möglichkeit gibt's noch. Wenn ich guck, ich dann mal hier in der Nähe von dem Haus. Ich guck nochmal hier drin, vielleicht steht da eine. Ja. Hier ist eine, perfekt. Masi. Masse? Ja. Ich hätte den Immunator angeschossen. Oh! Keine Ahnung, Weidwerfer! Scheiße! Puh! Nein! Oh! Einen auf, da? Es kommt schon wieder rausgeflogen! Oh, Mist! Hast du hier vorne war aber ein Medikit gewesen? Okay. Ich weiß, wann ich das noch brauche. Ich habe jetzt jedenfalls noch 75 HP. Ja. Ich habe jetzt noch einen Knopf. Oh! 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 ich habe vier gemacht ist schon dafür